Musik Ich mache Karate, weil es mir Spaß macht und ich möchte einmal den Schwarzgurt haben. Ich trainiere Karate, weil ich möchte ein starkes Mädchen werden. Karate macht mir Spaß, jeden Tag lerne ich etwas Neues. Ich trainiere Karate, weil ich so stark werden möchte wie Mr. Njogi bei Karatekitt. Ich trainiere Karate im ESV, um später einmal Olympiasiegerin zu werden. Nachdem wir gehen! Nachdem wir gehen! Nachdem wir gehen! Ich bin Kumagagawina. Pukawman Team Kremkrem! Wir sind eine starke Gemeinschaft. Wir sind eine starke Gemeinschaft. Wir sind eine starke Gemeinschaft.